jo hallöchen und herzlich willkommen hier zurück auf scaly fans und co mit scanners battlecast ja wie man leider enttäuschend mitgekriegt hat war ja im part 21 ist nicht möglich ein duell zwischen mir und solli zu starten ja wie sie schon gesagt hat wir bleiben weil wir suchen das mal weiterhin und ich mache jetzt mit der story weiter aber vorher wo ich mir noch ein tagesdreh ab und im laden meine karten so sehen was hier heute ankommt okay das dritte mal nacheinander zu münzen so jo so okay dann schauen wir mal was wir im laden bekommen ich glaube ja alles aufstiege aber ich möchte mir gerne den flügel hier holen ich hätte die erste karten holen sollen so okay was haben wir hier ein aufstieg und drachentauschen aufstieg nordlichter okay habe ich besitzen ich glaube lange eine charakterkarte für jeden verbündeten und ich habe eine karte bekommen die ich nicht hatte ist doch auch was feines so das ist wieso ist eine 2 ach so ja die hatte ich ja gerade geholt ha 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 sehr witzig so okay diese weiß man sich noch nicht im deck drinnen gut da wollen wir das doch jetzt beginnen und zwar technologie sind wir stehen geblieben jetzt kommt der waffenmeister wir haben wir schon 1234 mission haben wir schon erledigt und alle mit drei sterne so jetzt kommt der waffenmeister jeder gegner beginnt mit einem geisterschwert okay jetzt haben sie auch noch geisterschwerter wow diese insel ist wirklich gut ausgerüstet vielleicht wäre etwas sabotage angebracht so was war das ich habe vorhin gelesen was hier welche skalender hier angebracht sind magietechnologie ja genau spyro und deswegen nehme ich jetzt ja genau spyro jawbreaker und ja okay geisterschwerter sind verteilt hier ach nur die gegner ja er ist ja meine frechheit was soll das denn für ein schimmelscheiß frechheit dem juckst du irgendwie immer schlecht im karton oder was ja ich kann auch nichts weiter machen ich muss erstmal beenden hier plus zwei sehr schön lass mal rüber jucken hier die mede geisterschwerter hier und ich gar nichts zauberschutz na tollen zauberschutz es kann nicht wahr sein so zerstörende ausrüstung und relikt ja ja ausschützungen und zerstörende ausrüstung und zerstörende ausrüstung und zerstörende ausrüstung und zerstörende zu stören der zauberschutz geht er nun gar nicht so fügen dem besitzer minus 20 schaden ja sehr schön pass dann haben wir druck hier so sehr schön dann machen wir mal eine runde ende mehr kann ich eh nicht machen so und danach mache ich mal mit 2 über plus 1 2 karten spielen die feste an den zufälligen gegner lecker denn kann ich das vorhaben was ich vorhatte wohl denke ich mal weg jetzt nicht aber ich mache das so so ruft damit so ja mehr kann ich nicht machen okay plus zwei sehr schön dann kann ich hoffentlich in der nächsten runde jetzt höchstens zufälligen gegner immer noch selber diese ausschüsse ok 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 so ja jetzt bin ich wirklich gefördert jetzt kann ich nichts tun wieder mal das ist doch nicht normal so es gibt es nicht kann echt nicht sein so 20 kraft naja jetzt hätte ich vormachen sollen ok meine so oft zu fesseln jetzt nicht kollegisch weiß fuß bisschen kraft alles klar ok muss jetzt endlich mal weg zu so 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 hier hast du das geht jetzt mal weg hier so so ich ziehe das durch jo und da hört sich gut an aber ich will jetzt erst mal was ich habe ich habe kampfbereit äh 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 achso sind die Sammler da? ich hab sie ja zerstört das kann nicht sein ja das kann nicht sein jo ok hat mich so funktioniert wie ich das wollte leider nicht ich wollte sie ausrichten zu stören die hat er immer noch drauf tja ok sehr eisenartig um joh 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 Oh Mann, ey. So, ähm. Ja. Okay, ja, alles klar. Jetzt wird es in den heißen Hosen noch verteilt. Oh, ne, ey. Jetzt habe ich den, oh, ne. Jetzt habe ich meine Ausrüstung gegen eine andere ersetzt. Und, äh, ja. Ne, 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 ne. Das glaubt man schon gar nicht mehr. Ja, irgendwie fehlen mir die Karten. Äh, 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 das nenne ich auch mal so. So. Was? Die 180? Und der hat immer noch Kröten drauf? Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Der hat noch 10 Gesundheit. Heh, das gibt's nicht. Da läuft aber irgendwas krumm. Der läuft fast sehr krumm. Mehr als krumm, würde ich mal sagen. So, ich mache jetzt mal hier einen auf diesen. So. Hm, den mache ich noch einen auf diesen hier. Und dann ist die Sache auch gelotet. Der hat wieder 10 Gesundheit. Sag mal, was ist denn da los? Das kann man, das, das gibt's doch gar nicht. Ein toller Preis. Der hatte 0, jetzt hat er wieder 10. Wie geht das denn? Ja, das ist ja ein bisschen sehr unheimlich. Ja, da haut er was nicht hin. Die sind alle wieder da. Sag mal, was ist denn da los? Sag mal, stimmt doch was nicht. Das kann nicht wahr sein. So, und der wieder 10. So, wie soll ich denn den platten, bitte schön. Den kriegst du ja gar nicht geplatet. Das war die Glocke. Jetzt geht's ab. Ja, das verstehe ich nicht. Das... Da hört es von mir auf. Einer habe ich jetzt K.O. bekommen. Der andere haue ich immer wieder K.O. Und dann steht wieder auf mit 10 Gesundheit. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. So, ist keiner mehr da. Ja, der steht wieder weg. Na, steht wieder auf. Der steht wieder auf. So, und wie soll man den erledigen? Das gibt's denn nicht? Ja, äh... Ich verstehe nicht, was das sein soll. Ich muss mal seine Aussetzung gucken, aber ich krieg die ja nicht weg. Plus 10 maximale Gesundheit. Äh, plus 20 Kraft. Äh, regenerieren. Belebe mich mit 10 Gesundheit wieder. Ja, toll. Wie soll ich die Karte wegkriegen? Der steht ja immer wieder auf. Ich habe keine Karten. Ne, das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt ist er endlich K.O. Ne, das gibt's doch gar nicht. Ich bin ein Schatz. Ja, das bist du. Oh, meine Güte. Der steht ständig wieder auf. Ich dachte, ich zweifle schon an mir selbst. Dann hätte er da so eine komische Ausrüstung, aber ich wusste ja nicht, wie lange die gilt. So, jetzt hier drei Siege. Eine Questkunde, die wir jetzt auch noch, äh, erledigen. Ah, so, okay. Jetzt kommen wir zu der nächsten Mission. Ähm, die Rache des, äh, Schlachtschiffs. Okay. Ja, nicht schon wieder. Diese zwei Trolle sehen wütend aus. Äh, aber sie kämpfen immer noch darum, wer den riesigen Kettensägen Panzer steuern darf. Ja, 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 Shred Nords greift entweder an oder spielt Karten. Ja, gut, äh, das kennen wir schon. Ähm, versuch dieses Muster zu deinem Putter. Ja, okay. Hattest du schon mal geschafft? So, ähm, das sollte kein Problem sein. Äh, gut, dann wollen wir das mal angehen. Ich denke mal, dass da jetzt ein bisschen mehr Gesundheit kommt. Jo, das tut er auch. Wir mähen alles nieder. Okay, ich bin das erste Sonnen. Mhm, mhm, mhm. Das tut er nicht für mich. Ja, es ist okay. So, okay. Mal gucken, was er machen tut. Okay, dann greift er sich das erste an. Achso, stärker ist er auch. Okay, danach spielt er eine Karte. Eine Karte. So. So, jetzt wird er eine Karte spielen. Okay, mach mal. Plus eins, ey. Lass mal die einer stecken, Mann. Ja, 40 Gesundheit. Danke. Okay. Okay. So, plus zwei. Okay. Das ist ja mindestens etwas. Okay, jetzt wird er vielleicht wieder eine Karte spielen. Okay, okay. Das war die Glocke. Ich werde gewinnen. So. Äh. Ein Gescheid für dich. Juhu, sehr schön. Äh, was haben wir noch? Ja. Äh, gut. Sehr schön. Hauen wir hier nochmal drauf hier. So. Okay. Ja, eine Null. Das war gar nicht. Ich habe gerade mal eine plus zwei bekommen. Jetzt kriege ich eine Null. 100 Schaden. Na, schöne Karte. Mayme güte. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Oh. ja das ist sehr schön sogar ok auf 380 habe ich das schon mal runter gedonnert jetzt würde mich angreifen ich dachte er greift mich ok er hat eine karte gespielt und er hat ja gerade erst eine karte gespielt so irgendwas ist er jetzt nicht frisch da ist auf jeden fall irgendwas ganz schön gar nicht frisch ich zieh mich zurück jetzt geht's ab so ok naja ich habe ihn jetzt auch 150 mal runtergebracht 120 klamotten im schädel nicht aus das gibt es ja nicht ja minus 60 dann schlag ich mal hier drauf dann müsste die sache geritzt sein und ist auch geritzt so genau das ding haben wir noch gewohnt hat mit drei stern so und 50 teile bekommen so heile 1000 gesundheit da war 800 von 1000 sehr schön so der nächste halt maschinenwerkstatt und so weiter und so fort das machen wir denn im nächsten part ja und wie gesagt nicht vergessen freundschaftsanfragen scally fans hashtag 6033 steht alles in der beschreibung ich hoffe wie gesagt jedoch dass man überhaupt noch ein duell spielen kann also ja aber wie gesagt ich bleibe da mal am ball ok dann sehen wir uns beim nächsten part wieder bis das hören und ja und riechen uns wie auch immer alles klar bis dahin seid euer tinkerbell ciao ciao